hallo und herzlich willkommen bei sora und dead schön dass du das eingeschalten hast ich habe noch ein bisschen vorbereitet weil ich wollte die folge jetzt nicht nur bauen aber vorbereitet heißt ich habe holz gehackt und habe schon die die besten die wände die mauer schon mal vorbereitet entweder machen wir mal zu genau und dann machen wir erst mal hier runter erst einmal dass man blöd ist das sommer das nicht nicht steckt so bauen die hin und da ich mir so gedacht dann muss so kommen rechts links rechts links raus mausrad so aber es war ja dann habe ich mir so fahren einfach mal gucken wir sind ja hier dass das wird keiner ab das wird ja keiner jetzt das geht weg das geht nicht weg oder mich da richtig angehen ich weiß nicht keine ahnung warum so weit er hat man die safe zu und dieser hier so weit sind wir ja nicht weit entfernt aber zuerst würde ich mal hier noch mal rein gucken in ellwood dann vielleicht vielleicht noch bisschen ach scheiße ich wollte ja doch wo das geht seit wann geht das jetzt vorher ging es nicht jetzt auf einmal geht es so und es regnet es regnet wie wird bei uns aktuell ich weiß nicht wenn ihr das video schaut schnee draußen liegt ja haufen schnee was warten wir aber ich brauche ja haufen ja also wir müssten medaille hier sagen was geht nur mit essen bringt noch mal da munition damals nur sechs schuss haben ein teil und was war was von munition brauchst du jetzt 7,62 warte mal lassen wir ganz kurz was bist du jetzt überhaupt also der notstrom oder man denke ich doch mal um platzieren jetzt erst mal recht hinten bei den großen hinstellen anspruchs ja die ja nicht ein bisschen munition wird sagen wird gerne mal herstellen wenn man die vielleicht noch ein paar bomben bauen das würde ich auch noch mal machen als ich muss hier noch mal rein ja was kann man ja nur drei stück da ist nix hier gucke ich mal schneller ja oben munition was sei gesagt 7,62 und das letztlich auf das lassen wir der trich haben wir da mal gucken wo ein bisschen du brauchst 3 1 3 0 8 ok dann haben wir das erste mal trinken haben wir da batterie das paar mal kommen wir essen wir essen nix wir sind ja satt so lassen wir mal schnell zum waffen dings schauen was bräuchte ich jetzt für die bombe ach nee oh shit und hier was reicht da von fünf stück ich frage 7,62 7,62 bist du 7,62 gleich 8 schuss das ist ein sniper ich bin gerade da in den U-Legen da 30 dinger nehmen wir ein bisschen mit den Dings mit das lassen wir das lassen wir hallo ja es wird schon wieder dunkel ja wird es dunkel ne doch nicht ja gut bei dem Wetter ist ja klar so was machen wir jetzt so was brauche ich hier Kleoband das 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 ok Mine was mache ich denn wie viel schuss habe ich von denen ich hatte nur ich gar nix da mache ich das 7,62 da mache ich 10 20 haben wir 20 schuss von denen und von sniper da haben wir 18 schuss geht noch mit und und warte mal ich werde mir mal gucken wir machen es einfach da brauche ich jetzt so 6,9 ein Stück da ja ja ein Stück 2,3 ja ja noch einmal wieso wieso 3,6 9 und die tun wir hier rein 2 ja oh fällt es um Wetter ich bin gerade jetzt schau Hier haben wir noch etwas. Hier haben wir uns da. Achso, rückseitig haben wir uns da. So, na, da muss ich erstmal kommen. Dann noch ein bisschen. Besitz ist von beiden aus, seitdem er noch noch weiter kommt. mehr zum Sprung drauf machen aber ich kann nicht hier sehen ach da waren wir auch noch nicht das kenne ich auch noch nicht oder? ne das ist doch halt so eine Art rück oder was? ne machen wir besser nein nein gut durch den Sturm wird man gar nicht was kommt sie was kommt sie was kommt sie ja shit ich hab's doch gar nicht angeloppt Geld mit dem Geld mit wir werden ja noch mal zurück das war ich lauf die das die 4 das die 4 bitte hallo das die 4 durch den durch den Sturm habe ich jetzt das echt nicht hier ich hoffe ihr versteht mich jetzt mal geht mal mit was ist denn hier da? oh warte mal ach so ist ja das selber und dann ist das was ist ja das ist ja dann ist das von nachher wo was ist ja wenn erstmal nachher kann also ist es den so jetzt mal mit 9mm ich hab kein mehr lass mal wir suchen das hochhaus wenn wir überhaupt da reingucken mal Martin Drac warte mal lass uns mal schauen und hat so viel Platz ich hatte schwach warte auf steuer bestimmt hier so wo stehen die Blumen? keine Ahnung vielleicht kommen wir auch nicht hier rein oder? das ist bestimmt schon mal vor dem Mittagst das Krankenhaus ist das Krankenhaus? ok ok wenn ich doch vielleicht das Radio auf dieses Zeug hier das hier an die schade ich kann da echt nicht schade 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 da fahr ich erst noch mal mit vielleicht brauchen wir das das könnten wir vielleicht später nirgeln ne das kommen wir nicht das ist vielleicht das kommt nicht muss doch irgendwie reinkommen woher noch nicht mir schade schade ja ich rein geflutscht ich komm einfach mal raus Nee, okay, das war's. Was haben wir denn hier? Ejo. Rausch da. Ob ich hier einwand? Oh ja, 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 ja. Ja, ist sehr schön. Wunder, prächtig. Mein Loot. Mal schauen. Was ist denn? Luminidation, Batterie. Wir haben ja die Reaktion. Ich bräuchte das nicht. Ja, nehm mal. Nehm mal. Geht's hoch. Waren wir schon drin. Jo. Jo. Und die was? Bilder. Äh, was kann ich hier? Äh, äh, okay. Nehm mal mit. Nehm mal mit. Bilder brauchen wir. Und... Doch, hier ist es doch. Ich schaue hier nochmal rein. Boah, das ist ja richtig, das ist ja gut. Das ist ja schlecht. Noch ein Filter. Äh, geht hier runterpacken. Geht das? Jo. Ja, ich schaue hier nochmal. Ja, wir gehen nach oben und decken. Ja, wir waren mal, wir waren mal gleich hinten. Und eine Aussicht. Ähm, nee. Nee. Das ist ja richtiges Loot-Paradies. Komm, wir tun es unten rein. Warte, das könnte ich doch jetzt die, äh... Ach so, weil ich vergessen habe. So, passt auf. So, Eko-Perspektive und Nachtsicht. Ja, Nachtsichtgerät. Das haben wir doch letztes Mal gefunden. So, gehen wir nach höher. Ah, zu. Aha. Ach, nee, hier. Wächst Moos. Und dann haben wir doch das beste Wetter ausgesucht. Ah, hier sind wir ganz hinten. Ja. Ah, siehst du, jetzt komme ich mit der Dorn. Wo ist die? No, mein Kleiner. Was geht? Oh, mein Kleiner. Oh, mein Kleiner. Wird da runterkommen. Kannst du auch nicht sprechen. Ach, mein ich jetzt nicht. Da sind, glaube ich, nur Klamotten drin oder so ähnlich. Die drüge ich noch mit. Ich spät haben wir es jetzt. Es wird dunkel. Oh, wie brennt er was? Oh. Alter, das waren seine Augen. So erschrocken. Ja, nur seht, da brennt was. Oh. Mach uns den seinen blöden Klotzen. Ich glaube, es ist ein Hotel, da kommen wir, da finden wir bestimmt nicht. Komm, nix ordentliches. Vielleicht, wir haben ja auch gute Klamotten an. Ja, mehr. Ein Torscher. Noch mit. Neun. Komm, man trinken mal was. Genial. Was? Was, 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 was? Oh, oh, oh. Ihr habt irgendwas weggeschmissen. Ähm. Was ist denn das? Ähm. Oh, oh. Ich habe jetzt die Zombies angelockt. Ich habe Zombies angelockt. Ich brauche mal eine Bombe oder was das ist. Hau ab. Hau ab. Hau ab jetzt ab. Shit. Oh, es ab. Nachtsicht. Ist irgendwie zu helfen, Nachtsicht, oder? Ich würde sagen. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Zirkel, wir müssen los. Wir müssen rennen. Wir müssen rennen. Wir sind verletzt. Los. Mit dem Auto rein. Ich würde sagen. Wir fahren jetzt nach Hause. Pennen erst mal. Und dann fahren wir. Vielleicht ist es besser. Und dann fahren wir mal besser. Und dann fahren wir mal schnell nach Hause. Und dann fahren wir mal schnell nach Hause. bis gleich so nacht nacht sie schlafen aber trotzdem irgendwie ist nicht so das gewitter ist noch da regen sound ist auch noch da aber irgendwie nee es regnet noch so da fahren wir jetzt noch mal zur stadt was bist du denn und ich wurde warum nicht so wirklich hilfreich ich finde es ein schau muss rüber was da hoch bitte nicht nicht von kaum richtig jetzt so farb ich muss hier runter um oder das ist ich traute ich gucke ganz halt auf meinen mein base das ist das strommast so was müsste er gleich genau da ist er wird er vom stückchen weiter als sie haben wir schon mal reingeguckt haben gutes zeug gefunden von mutig straße weiter und das allerdings wir sind das werkstatt oder so guck mal rein oh shit oh shit drauf ich weiß jetzt mal okay Perfekt, da kommen sie alle, ähm, warte mal, los laufen wir dahin, 7,6, 7,6, wo bist du, ich weiß gar nicht, wo sind denn die, da ist die verloren, oh, da ist ein Messer, entweder bin ich jetzt blind oder habe ich jetzt komplett aufgebraucht, die 7,6, so, das bräuchte ich jetzt, ja, 7,6, so, ja, Mist, bist du, oder, jetzt könnte ich jetzt wirklich gerne mal so, mach dich da an, ganz stabil, Junge, haben jetzt alle niedergeknüppelt, niedergeschossen, meint ich, ja, oh, shit, ein Schleicher, so, guck mal jetzt hier rein, ey, warum bin ich jetzt radioaktiv, ja, sehr schön, das ist ein Schrottplatz hier, oder, sie sah es wie ein Schrottplatz, also nicht so, nichts brauchbares, also Munition wäre jetzt nicht schlecht, und jetzt wollen wir mit den irenciasen, Nee, irgendwie nix brauchbares hier. Ist das hier für Surena? Und wo kommt denn das? Ist das Alarm oder was ist denn das? Und das muss da von hier kommen oder? Ja, irgendwo von hier. Und das ja. Von hier, von der Seite. Nee. Das Supermarkt. Was ist denn das für ein Krach? Ich verstehe jetzt nicht, was für ein Krach das war. Es war das Alarm? Wir sehen uns dann nächste Folge und dann looten wir hier weiter. Oder gehen wir durch das. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.